Willkommen zum Produktfokus. Ich bin John Heiss, Leiter Sport und Fitness bei Herbalife, verantwortlicher Wissenschaftler für unsere Herbalife 24 Produktlinie. Herbalife 24 ist ein umfassendes Programm zur Leistungsernährung, konzipiert für die Bedürfnisse von Sportlern rund um die Uhr. Eines der Leitprinzipien von Herbalife 24 ist, dass die Produkte spezielle Bedürfnisse abdecken. Diese Philosophie zeigt sich vor allem bei unseren Rebuild-Produkten. Regeneration nach bestimmten Sportarten erfordert Nährstoffe in unterschiedlichen Arten und Mengen. Statt eines Eins-für-Alles-Produkts zur Regeneration haben wir zwei extrem zielgerichtete Produkte entwickelt, Rebuild Endurance und Rebuild Strength. Rebuild Strength ist ein proteinreiches Getränk zur Regeneration mit einer Rezeptur zur Unterstützung magerer Muskelmasse. Mit 25 Gramm qualitativ hochwertigem Milchprotein ist es nicht nur ideal für Gewichtheber, sondern auch zum Aufbau eines strafferen Körpers. Eines der wesentlichen Merkmale von Rebuild Strength ist die spezielle Milchproteinkombination zum schnellen, nachhaltigen Muskelaufbau. Neben dem wirksamen Anteil an Aminosäuren und Mikronährstoffen garantieren wir, dass jede Portion 4300 Milligramm verzweigter Aminosäuren Leozin, Valin und Isoleozin enthält. Alle wichtig für eine schnelle Muskelregeneration, sowie auch die antioxidativen Vitamine C und E. B-Vitamine für den Energiestoffwechsel und 45 Prozent des Tagesbedarfs an Eisen, das sehr wichtig für den Energiestoffwechsel und die Bildung der roten Blutkörperchen ist. Anders als viele andere Produkte zur Regeneration enthält Rebuild Strength einen geringen Anteil Kohlenhydrate. Forschungen zeigen, dass es sehr wichtig ist, Proteine in Verbindung mit Kohlenhydraten aufzunehmen, um magere Muskelmasse zu unterstützen. Rebuild Strength ist frei von künstlichen Farbstoffen, Aromen und Süßungsmitteln und wie alle Herbalife 24-Produkte ist auch Rebuild Strength streng auf verbotene Inhaltsstoffe getestet. So können Sie unserem Produkt völlig vertrauen. Da es sich gut in Wasser auflöst, lässt es sich perfekt innerhalb von 30 Minuten nach jeder körperlichen Aktivität einnehmen. Probieren Sie Rebuild Strength und alle anderen großartigen Herbalife 24-Produkte und bestellen Sie sie noch heute bei einem selbstständigen Herbalife-Berater oder Beraterin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017